Musik Beim Tunnelprojekt ist da eine Kipplaste, ist die Brücke bei der einen Seite eingefallen und der Kipplaste stand daneben und er ist reingebrochen. Wir müssen Baustellenfahrzeuge holen und ihn befreien. Ja. Containertrucks. Das ist die Basis fürs Tunnelprojekt. Da ist zum Beispiel der Verladerhof des Schwarzverleihs. Ach ja klar, er hängt ja fest. Also, der Tunnel ist eingestürzt und der Truck stand da. Da war ein Bagger. Ich hatte die Deutschen gerade aufladen und da ist der Tunnel eingebrochen und der Truck ist rein. Gab es Verletzte? Ja. Der Fahrer blutet ein bisschen am Knie. Ich bagger diesen riesigen Baum aus. Ich bagger den Weg frei. Das wäre erledigt. Das wäre erledigt. Der Rettungswagen kommt für den verletzten Fahrer. Er brecht durch den Dschungel durch. Er muss da stehen bleiben. Er hat kein Gelände. Das war gut, was der da für macht. Er fährt da runter. Und bleibt dann da stehen. Der schwere Seilbarger kommt auch in Einsatz. Das war gut. Oh, das war gut. Das war gut. Ja, das war gut. Ich mache das. Das war gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Mann öffnet die Türen Da kann ich die Frau sein Die Notärztin kommt Alles klar, der Fahrer kann ins Krankenhaus Komplettiert werden Denn du schiebst ihn Uff, das wäre geschafft Die Notärztin kommt Die Notärztin kommt Die Notärztin kommt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020